Der Einkaufswagen ist voll und du stehst an der Kasse. Hier ist eine Entscheidung nötig. Was für eine Tüte oder Tasche nimmst du? Angesichts der Bilder von Plastiktüten in den Ozeanen scheint es offensichtlich, dass Plastik schlecht für die Umwelt ist. Sicher ist eine Papiertüte oder Baumwolltasche die bessere Wahl. Aber stimmt das wirklich? Alle drei Materialien belasten die Umwelt auf andere Weise. Das hängt von ihrer CO2-Bilanz sowie ihrem Potenzial für Wiederverwendung, Wiederverwertung und Abbaubarkeit ab. Um die ganze Geschichte zu verstehen, müssen wir uns ansehen, wie sie hergestellt, verwendet und letztendlich entsorgt werden. Beginnen wir mit dem Plastik. Die typische hauchdünne Plastiktüte besteht aus hochdichtem Polyethylen, allgemein bekannt als HDPE. Zur Herstellung dieses Materials benötigt man Erdöl, das gefördert werden muss und sehr hohe Temperaturen. Das entstehende Polymerharz wird mit weiteren Bestandteilen wie Titanoxid und Kreide zu einer Tütenfabrik transportiert. Hier schmelzen mit kohlebetriebene Maschinen die Materialien und verarbeiten sie zu Plastikfolien, die zu Tüten gefaltet werden. Bis eine Tüte ihr Ziel erreicht hat, wurden schätzungsweise 1,6 Kilogramm Kohlendioxid in die Atmosphäre abgegeben. Genauso viel produziert ein Auto, wenn es knapp über sechs Kilometer fährt. Doch die CO2-Bilanz der Alternativen ist noch viel höher. Papier wird aus Holzzellstoff produziert. Betrachtet man die CO2-Emissionen für das Fällen von Bäumen, verursacht eine Papiertüte etwa 5,5 Kilogramm Kohlendioxid. Und der Anbau von Baumwolle verschlingt erst recht viel Energie. Und auch Wasser. Bei der Herstellung einer Baumwolltasche werden etwa 272 Kilogramm Kohlendioxid freigesetzt. Im Vergleich der CO2-Bilanz sind Plastiktüten der klare Gewinner. Doch die Umweltbelastung hängt auch von der Nutzung der Tüten ab. Deren Wiederverwendung oder Wiederverwertung senkt die Umweltbelastung erheblich, da sich so die Neuproduktion verringert. Um das zu beziffern, kann man die CO2-Bilanz der Tüte durch die Anzahl der Wiederverwendungen teilen. Wird eine normale Papiertüte dreimal verwendet, ist ihre Nettowirkung geringer als die einer Einwegplastiktüte. Auch die CO2-Bilanz einer Baumwolltasche lässt sich entsprechend verringern, wenn sie 131 Mal wiederverwendet wird. Von diesen drei Optionen werden die haltbaren Stofftaschen am ehesten wiederverwendet. Papiertüten werden, da sie leicht reißen, bekanntlich schnell weggeworfen. Dasselbe gilt für HDPE-Plastiktüten. Doch selbst wenn sie reißfest sind, behandelt man sie wegen ihrer Verfügbarkeit gern als Einwegartikel. Forscher schätzen, dass zum Glück 40 Prozent der HDPE-Beutel mindestens einmal wiederverwendet werden, zur Müllentsorgung. Das Recycling all dieser Beutel senkt auch deren CO2-Bilanz. Das ist jedoch nicht bei jedem Material möglich. In vielen Ländern fehlt die Infrastruktur, um Plastiktüten effizient zu recyceln. Baumwolltaschen lassen sich noch schlechter aufbereiten, aber da sie oft lange verwendet werden, landen sie am seltensten auf Mülldeponien. Werden die Tüten nicht recycelt, kommt bei der Umweltbelastung der dritte Faktor ins Spiel, die Abbaubarkeit. Da HDPE-Tüten hitzebeständig und unauflöslich sind, bleiben sie nach Gebrauch noch lang erhalten. Plastikbruchstücke zirkulieren oft Jahrhunderte in Ökosystemen. Dagegen baut sich Baumwolle in wenigen Monaten größtenteils ab und Papiertüten zerfallen in nur 90 Tagen vollständig. Welche Art von Tasche sollte man also benutzen? Wie sich zeigt, haben die umweltfreundlichsten Taschen Merkmale aller besprochenen Materialien. Sie sind langlebig und wiederverwendbar wie Baumwolle, bestehen aber aus Kunststoff mit geringerer CO2-Bilanz als Baumwolle oder Papier. Diese robusten Einkaufstaschen sind aus Polyester, Vinyl und anderen stabilen Kunststoffen und werden bereits weltweit genutzt. Am wichtigsten ist, sie sollten ein Leben lang halten, denn so sind sie die beste Option für den Planeten und deine Lebensmittel. Wir haben die Mittel und das Wissen, um die Welt zu retten. Aber was kommt als nächstes? Unter ad.ted.com-earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.